Diana, ich bin schockiert, dass du dem zugestimmt hast. Das ist einfach umsonst. Diana, wirklich umsonst. Ganz genau. Eine Party für Verlierer? Zu gut für sie. Mädels, immer mit der Ruhe. Bald endet der Sommer und damit auch das Camp. Lass sie abhängen. Und wir werden mit ihnen zusammen sein. Ist doch gut. Diana, pass auf, dass sie diesmal nicht das Haus zerstören, weil ich nicht hinter ihnen aufräumen will. Diana, mach dir keine Sorgen. Wenn sie das Haus zerstören würden, würden sie es reinigen. Übrigens, Mädels, was soll ich anziehen? Dieses oder jenes? Mist, Mädels, ich hab mein Outfit vergessen. Ich geh kurz in die Umkleidekabine. Diana, dieses Mal bitte ohne Federn. Denn man läuft herum und verliert sie überall. Und übrigens bin ich allergisch dagegen. Bo, bo, bo. Diana, kommst du mir so vor oder bist du ständig sarkastisch? Okay, dann werd ich was Einfaches anziehen. Verdammt, wo ist mein Overall? Er war doch hier. Ich kann das nicht verstehen. Wo ist der? Verdammt. Hat Diana oder Diana mein Overall genommen? Ohne zu fragen? Shishi, wir werden die Coolsten auf der Party. Die, sag mal, wir Katzen sind. Party, Mädchen. Alle Jungs werden uns anschauen, weil wir kleine Kätzchen sind. Ja, süße Kätzchen. Katzen? Bringt mich bitte nicht zum Lachen. Jungen mögen Katzenmädchen, die anmutig und schön sind. Keine Kinder mit aufgemalten Schnurrbärten. Übrigens, helft mir das Outfit zu finden. Welches? Dieses oder jenes? Das ist das Outfit eines Cheerleaders. Was macht das hier? Hörst du, das ist nicht eure Angelegenheit. Was soll ich also anziehen? Ein Overall oder ein Kleid? Verdammt, dieser Spiegel ist zu klein. Ich kann meine Augen nicht sehen. Ich brauch einen großen Spiegel. Marusha, gib mir deinen Spiegel. Du meinst, ich soll die den einfach geben? Bitteschön. Marusha, beeil dich bitte. Hier. Oh, viel besser. Also Mädels, Jana, Diana, sagt mir, wer von euch hat mein Overall genommen? Hammer, Jana, bist du sicher, dass ich das so tragen soll? Es ist nur so, dass mich schon so viele Leute darin gesehen haben. Diana, was ist das Problem? Lass mich das anziehen. Niemand hat mich je darin gesehen. Jana, tolle Idee. Dann gib mir auch etwas zum Anziehen. Leila, ich hab dein Overall nicht gesehen. Und eigentlich ist es auch zu groß für mich. Ach, dieses graue Ding ist nicht angenehm für den Körper, es kribbelt. Nein, Leila, ich hab's nicht genommen. Mist, Mädels, ich kann das nicht verstehen. Mein Overall hat sich gerade verflüchtigt. Ich habe nichts zum Anziehen für die Party. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hammer, Leila. Mir scheint dein Overall irgendwo in der Waschmaschine gelandet. Schau doch mal nach. Ja, das denke ich auch. Aber keine Sorge, ich werde dir etwas zum Anziehen geben. Also, Leila, ich gebe dir dieses Kleid zum Anziehen. Erinnerst du dich daran, dass du mich letzte Woche darum gebeten hast? Jana, ich danke dir sehr. Du hast mir sehr geholfen. Gern geschehen. Es war notwendig, damit zu beginnen. Ich habe den Eindruck, dass Leila ihren Overall absichtlich versteckt hat, weil sie dieses Kleid tragen wollte. Jana, ich kann alles hören. Hörst du, Mädels. Vielleicht tanzt auf der heutigen Party jemand einen langsamen Tanz. Mit Smile. Hm, Diana, warum hast du dich an Smile erinnert? Hast du schon genug von Kostja? Nein, Mädels, was ist los mit euch? Eigentlich ist Kostja sehr nett. Er ist so ein Romantiker. Aber er ist auch ein bisschen langweilig. Ich vermisse das Abenteuer mit Smile. Mädchen, wisst ihr noch, wie wir davon geträumt haben? Dass, wenn wir groß sind, Zwillinge heiraten und eine Tochter adoptieren? Ach ja, und wir werden als fröhliche Band in einem dreistöckigen Haus wohnen. Mädels, wir sind erwachsen geworden. Ich hoffe, ihr träumt nicht mehr davon, denn es ist total dumm. Oder etwa nicht? Warum? Ich finde das cool. Ich möchte eine Tochter haben. Ich würde mit ihr im Park spazieren gehen, mit dem Kinderwagen. Diana, was sagst du da? Eine Mutter im Teenager-Alter zu sein, macht keinen Spaß. Ich glaube, mein Zahn ist gelb geworden. Max, ist mein Zahn gelb geworden? Max, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier den Spiegel halten, während du deine Reisszene da begutachtest. Leute, ich glaube, ich brauche ganz dringend einen Zahnarzttermin. Bro, bist du verrückt geworden? Kannst du keinen Termin beim Zahnarzt selbst machen, oder was? Kümmer dich selbst drum, okay? Artem, hast du ein Video gefunden, wie man diese Zöpfe macht, oder was? Nee, das ist alles auf Englisch oder so. Also, verstehst du irgendwie Englisch? Nein. Okay, dann mach dir normal einen Pferdeschwanz. Hier gibt es keine Zöpfe, die du willst. Oh Mann, ich wollte auf der Party wirklich auffallen, okay? Schon wieder dieser blöde, blöde Pferdeschwanz. Oh Mann, Leute, ich beneide euch wirklich. Ihr geht auf die Party und ich wahrscheinlich nicht. Wirklich? Also, es wird niemand böse sein, wenn du nicht hingehst. Patrick, warum willst du nicht mitgehen? Leute, habt ihr das schon wieder vergessen? Ich habe euch gesagt, dass ich von Gigi... Könnt ihr leise sein? Ich fühle mich nicht besonders gut, okay? Lass mich mal hier erholen. Ich muss später zu einer Party gehen. Kostja, du gehst wirklich auf die Party? Also, lass uns Kostja helfen, sich für die Party vorzubereiten. Willst du Parfüm von mir? Nein. Kostja, ganz ruhig. Bleib lieber zu Hause. Verbreite deine Keime nicht auf der Party. Vielleicht steckst du jemanden an. Ich schaffe es auch ohne dich auf die Party. Ich bin gar nicht krank. Ich habe nur was Falsches gegessen. Kein Strom. Was ist das? Ja, kein Strom. Leute, wart ihr das? Leute, wart ihr das? Nein. Ist also die Party abgesagt oder was? Wüsste, ich habe kein Internet. Natürlich wird es keinen Strom und kein Internet geben. Oh, das ist nicht cool. Ich will eine Party haben. Leute, ich verstehe nicht. Warum schreit ihr so? Beruhigt euch. Ja, wir rufen jetzt die Station an. Der Strom wird wieder hergestellt. Ja, ja, schreit ihr wie verrückt? Ja, Diana, ruf da an. Wir waren gerade dabei, uns vorzubereiten. Halt jemand die Nummer von einem Zahnarzt oder so? Ich habe irgendwelche Probleme mit meinen Zähnen. Hey, Brows. Ja, Diana, ruf bitte an. Die sollen irgendwie den Strom wieder reparieren. Hey? Ja, hallo. Hörst du es mal? Ich verstehe das nicht. Du sollst nicht mit Diana sprechen. Beruhige dich. Die Hauptsache ist, dass wir wieder Strom haben. Also, Diana, was ist los? Leute, leider wird es heute keinen Strom geben. Es liegt nicht immer an uns. Aber lasst euch nicht entmutigen. Wir können auch morgen noch eine Party feiern, oder? Was denkt ihr? Morgen ist auch noch ein Tag. Uuuuh. Das war's. Ich verlasse das, Kerl. Wir sind wirklich mit unseren Nerven am Ende. Die Schule steht vor der Tür und in diesem Monat gab es keine Party. Leute, versteht ihr nicht, dass Diana nichts dafür kann? Okay, ich glaube, morgen ist es besser bei mir. Nein, Leute, das wird nicht funktionieren. Knopper und ich haben Kitty geschminkt. Das war's. Leute, wir sind cool, ja? Ja, Katzen. Kinder mit Schnurrbärten. Cheerleader. Ich weiß nicht wie, aber es muss eine Party geben. Ja, wir wollen eine Party. Ja, wir wollen eine Party. Wir verlassen das Camp. Leute, beruhigt euch. Wir verlassen das Camp. Leute, beruhigt euch, Mann. Wir verlassen. Leute, wir sind bei euch. Ja, wir werden das Lager verlassen. Also stopp, beruhigt euch, beruhigt euch, bitte. Es gibt einen Plan B. Wir können eine Party in einem anderen Haus feiern. Wer stimmt zu? Ja, Party, 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 Party. Gut, dann gehen wir leise einer nach dem anderen runter und steigen in den Bus ein. Party, 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 Party. Diana, nimmst du wirklich die ganze Herde mit in dein Haus? Das ist doch verrückt. Ja, verrückt. Es ist sogar noch kleiner als dieses Haus. Mädels, welche andere Möglichkeit haben wir denn? Diana, wir haben uns noch gar nicht umgezogen. Wir haben eine Minute. Mädels, wir haben keine Zeit mehr. Verlierer können nicht alleingelassen werden. Beeilt euch. Also alle runter. Leute, seht, was ich vorschlage. Wollt ihr eine Party ohne Cheerleader? Ja, ohne sie. Also, wenn wir im Haus ankommen, schließen wir sofort alle Türen und kein Cheerleader kommt rein. Ja, keine Cheerleader. Und die Basketballspieler? Und die Basketballer brauchen das nicht zu wissen. Smile, beeil dich. Das ist alles. Lass uns zum Bus laufen. Jungs, schneller. Setzt euch und schnallt euch an. Die Hauptsache ist, dass ihr euch anschnallt. Okay, Leute, ich fahre. Braus, du gehst nach hinten und kontrollierst dort alle. Wo soll ich sitzen? Weiß ich doch nicht. Ich gehe auch mit. Also Mädels, benehmt euch bitte. Okay. Ja, du hast das Sagen. Und wir werden dir folgen. Auf Wiedersehen. Hurra, Party! Und ihr bleibt hier. Und wartet auf die Cheerleader. Also Leute, denkt daran, dass wir eine Party feiern. Ohne Cheerleader. Ohne Cheerleader. Und Basketballspieler. Ja, ohne Basketballspieler. Los geht's. Also seid ihr bereit für die Party? Also Leute, heute werde ich den ganzen Tag mit Diana abhängen. Sagt es also nicht den Basketballspielern. Wir haben es geschafft. Habt ihr den Schlüssel gesehen? Cheerleader sind nicht erlaubt. Party! Party! Mist, die Cheerleader sind da. Hier gibt es in die Markten. Cheerleader haben hier nichts zu suchen. Leute, wo sind die Cheerleader? Wahrscheinlich kommen sie erst später hierher. Wenn sie hierher kommen, dann gehen sie erstmal schwimmen. In normaler Kleidung. Hier, du fasst Diana an, okay? Hör zu, Kostner. Du entscheidest das nicht, okay? Diana entscheidet das. Ey! Hör zu, Patrick. Lass uns die Mädchen reinwerfen ins Schwimmbad, oder? Nee, das ist voll böse. Was ist, wenn sie nicht schwimmen können? Okay, dann suchen wir uns jemanden raus, der schwimmen kann. Shishi kann auf jeden Fall schwimmen. Wir müssen sie auf jeden Fall reinwerfen. Sie macht mich so wütend. Okay. Leute, seht mal, wie gut ich das kann. Shishi! Ja, juhu! Nein! Willst du mich in den Pool werfen? Hey, Shishi! Ich werde nicht schwimmen mit dir. Also komm mir nicht zu nah. Hör zu, Molly. Ich mag Patrick sehr und er mag mich auch. Und die Beziehung mit Shishi ist nicht besonders gut. Worauf wartest du denn noch? Komm schon los, nur zu. Mädchen, okay? Es ist niemand da. Sie sind ins Haus gegangen. Diana, ich ruf sie an. Also ich hab ein schlechtes Gefühl. Patrick, ich wollte es dir schon lange sagen. Cheerleader! Ruhe, wir dürfen sie nicht reinlassen. Was? Knopper wollte mir irgendwas sagen. Molly! Molly! Die Cheerleader sind da! Die Basketballspieler müssen also ihre Handys ausschalten. Lass uns laufen! Ist das überhaupt noch normal? Mädchen, geschlossen! Ich komm nicht rein! Mädels, sie haben sich immer noch nicht gemeldet. Verdammt! Mädels, ich hab eine Idee. Wir werden schnell dorthin laufen und sehen, was sie dort tun. Also Mädels, beruhig mal. Ich versteh nicht, warum die Basketballspieler nicht an ihr Handys gehen. Okay. Smile ist klar. Er ist mit Molly zusammen. Aber Max und Brows? Ja, Max und Brows. Mädchen, könnt ihr etwas sehen? Wir sehen was! Lasst sie uns alle zerschmettern! Also Mädels, wer von uns ist die leichteste? Na los! Komm schon, Diana! Mädels, sie haben sich immer noch nicht gemeldet. Diana, das ist nicht mehr wichtig. Beeil dich! Komm schon, Diana! Komm schon, Diana! Also Mädels, beruhigt euch! Das wird eine Sauerei sein! Also, los geht's! Los geht's! Schaut nur! Ja! Was für eine wunderbare Party haben wir hier! Es geht ja voll ab hier! Ja! Also, ihr habt uns Cheerleader vergessen! Oder habt ihr... Na endlich, die Cheerleader! Laila, komm her! Ich hab mich so vermisst! Diana, komm hier rein! Es ist so angenehm hier! Diana, komm hier auch ins Wasser! Ich hab mir einen Donut extra für dich geliehen, okay? Basketballer, ihr nehmt es wieder locker, ne? Ihr seid später dran! Also, ihr Verlierer, was sagt ihr zu eurer Verteidigung? Das war nicht unsere Idee! Das war keine Idee! Das war keine Idee, nein! Wir waren uns doch einig! Nun, ich warte auf eine Antwort! Cheerleader, Cheerleader! Ich hab Knobber zu einem Treffen eingeladen! Oh, Patrick! Schnell zu den Verlierern! Komm schon, Patrick! Komm her! Und jetzt ist das von meinem Pompon! Okay, ihr Verlierer, es ist alles klar mit euch! Schnell auf den Rasen! Kommt zu den Basketballern! Basketballer, warum sind eure Handys aus? Unsere? Unsere Handys sind eingeschaltet! Schnell zu den Verlierern! Schnell zu den Verlierern! Beilt euch! So, die Party ist jetzt vorbei! Wie konntet ihr nur? Als der Strom abgestellt wurde, haben wir trotzdem beschlossen, ein Fest mit euch zu feiern! Und jetzt trocknen alle ihre Sachen und gehen ins Lager zurück! Die Party ist vorbei! Und kein Strom! Kein WLAN! Kein heißes Wasser! Kein Essen! Lustig! Molly, es war deine Idee! Beruhige dich! Versuch das einmal so zu sagen! Können wir gerne eine Hand zu haben! Oh, den Basketballern ist kalt geworden! Kostja! Die ist doch immer warm! Kostja, warte! Mädchen, ich bin wirklich stockiert von ihnen! Was glauben die, wer die sind? Diese Basketballspieler! Verdammt! Abhängen ohne Cheerleader! Hellgrünes Mädchen, das ist deine Schuld! Wir hätten eine richtige Party feiern können! Weißt du, Hellgrüne? Wegen dir haben wir uns nicht getroffen! Aber du stehst hier und tust du schockiert! Und jetzt haben wir Probleme mit den Cheerleadern! Danke sehr, Cheerleader! Also, schnell abwischen, packen und ab in den Bus zurück! Okay! Ja, und wir sprechen uns dann im Lager! Ja, und wir sprechen uns dann im Lager! Leute, ist das überhaupt in Ordnung? Gut! Du bemühst dich um sie, machst deine Party, aber sie tun dir einfach sowas an! Ich bin schockiert! Ich bin schockiert! Like das Video, abonniert den Kanal und wartet auf neue coole Videos! Also, auf Wiedersehen! Wir fahren zum Lager zurück! Die Party ist vorbei! So, die Party ist jetzt vorbei! Wie konntet ihr nur? Wie konntet ihr nur? Als der Strom abgestellt wurde, haben wir uns trotzdem entschieden...